moin moin hallo herzlich willkommen zu einer weiteren folge journey of aroach und ja wir wackeln uns weiter durch die gegend und versuchen unseren freund zu retten und jetzt brauchen wir irgendwie milch für die spinne oder was auch immer sie für ihre fliegen da braucht und was diese gestalten hier darstellen sollen weiß ich noch nicht so recht was kann ich hier machen das was abgeschaltet sind die jetzt gut irgendwas abgenommen anscheinend dass wir jetzt befüllen soll oder was hallo und ihr was da was denn hier los was was ist so was ist für eine welt hier da geht es irgendwo hoch irgendwo rein kann ich nichts machen sie runter oder wieder hoch wir brauchen wir eine kurbel für die wir vielleicht irgendwie irgendwo finden ja das wissen wir schon dass er noch untergefallen ist ja auch das was und da komme ich wieder runter oder wie ist das hier kam ja irgendwie noch wo man reinkommt ja oder auch nicht da komme ich nicht weiter so dann geht es halt hier weiter kann da kann da kann da war irgendwie irgendwo was ist hier eine batterie das kann ich nicht kombinieren das kann ich etwas abzapfen für den heiligen exzellente mal den typen glücklich machen nicht selber oder das ist das für die das für die ich jetzt ab da 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 was was wie wo w w w w w w w ja w gut dass ich da nicht weiter komme wenn sich jemand fragt wo ich hier gerade innen laufe längs laufe ich weiß es nicht da kann man schon kopfschmerzen von bekommen von diesem Und du? Was zu trinken? Gefällig? Ja. Nee, ist nicht das Richtige, ne? Ist klar. Ist klar. Boah. Dann müssen wir irgendwie weitersuchen. Was ist das? Ist das irgendwie ein Controller oder so? Achso, da können wir noch nicht weiter. Der soll wohl schon aus sein, aber komm ich wohl erst später weiter. Mal gucken, wie man, wie man wo reinkommt. Äh, 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 äh. Ja, was zu trinken haben? Oder... Auch nicht. Ein bisschen Milch gefällig. Auch nicht. Wie komm ich jetzt an diesen beiden finsteren Gestalten vorbei? Nee, so nicht. Äh, äh. Oder? Schleimig aber voller Proteine. Kann ich irgendwas kombinieren? Batterie da rein... auch nicht. Komm ich nicht weiter. Schade. 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 Ehh. Hm? 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 Ja, das ist... Ja, bla 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 bla. Ja, bla 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 bla. Was mach ich denn damit? So verplant... Was ist das? Was? Was? Was bringt mir das? Dass er dann dich umdreht? Musik wollen sie alle machen? Oder haben oder... Hallo? Eine Zigarre? Hm? 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 da wohl irgendwie da durch, ne? Dafür muss ich aber auch dementsprechend so aussehen, wie diese anderen Viecher hier. Aber wie mache ich das? Dass ich dann... Oh, Leute. Neben dem Plan geklaut, oder was? Was mit euch hier? Und wo bekomme ich was her für die Kleinen? Kein Geld. Dafür brauche ich Geld. Find ich hier noch irgendwas? Was? Was ist das? Ist das was zum Kurbeln? Katerpa, Katerpa, los! Ist das nicht schön? Und no? Schokolade? Schokolade? Schokolade habe ich nicht, ne? Was bringt es mir jetzt... Was ist das? Was ist das? Irgendwie ein kaputter... Und das kann ich wie beheben mit einer Larine? Nee, nee, nee. Natürlich nicht. Ah, Rätsel war Rätsel, die ich nicht lösen kann. Im Moment jedenfalls nicht. Natürlich ein bisschen... Eww... Hä? Ein bisschen frustrierend. Und so lade ich hier weiter durch. Ja, ist ja gut. Was wir gebrauchen können hier so... Irgendwie... Auch nicht so recht, ne? Nee, 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 nee. Irgendwie was zu trinken für die... Für die kleinen Fliegen. Ich brauche... Irgendwie ne Verkleidung, um... An denen vorbeizukommen. Ach, wo kriegt das alles her? Das ist ja die große Frage. Hm. Ja, und was genau... Kriegt mir das jetzt? Nee. Nee, nee, nee. Nee, das ist auch noch nicht... Also, alles ist... Ah, höchstgradig. Merkwürdig immer... Man denkt so, man kommt so einen Schritt weiter... Und dann ist aber... Das ist was, was gar nichts bringt. Da war ich ja schon drin. Da geht's ja irgendwie auch nicht weiter. Boah, aber müssen wir mal bei diesem Spiel wirklich aufpassen, weil... Das geht mir dann auf Dauer nicht so gut, wenn ich hier mit diesem... Was soll das? Was, 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 was? Ja, okay. Ich werd's erstmal sein lassen, fürs Erste. Wir sehen uns in der neuen Folge wieder. Also, sagst du gerne einen Kommentar da oder eine Bewertung oder ein Abo. Also, bis denn. Tschüss. 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 chili